Hey Leute, willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Und warum guckst du so angepisst, Lizzie? Vorsicht, nicht auf mich zielen. Wollte ich doch gar nicht. Oh. Diese blauen Augen, da könnte ich drin versinken. Ja, in Steam stand zuletzt gespielt am Montag. Da heute Sonntag ist, habe ich jetzt eine Woche lang kein Bioshock Infinite gespielt. Asche auf mein Haupt, aber jetzt mache ich ja weiter. Juhu! Okay, oh ne, ich muss ja nochmal gegen die Typen kämpfen. Ja, komm, lass ich jetzt drin. Meine Güte. Unter anderen Umständen würde ich das rausschneiden. Aber ich muss ja wieder warm werden, nicht wahr? So, Lizzie. Das machen wir eben. Augenblick. Erst bei dem Moskito. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wo ist denn der Moskito jetzt hin? Was ist denn da oben? Ich weiß es nicht. Mach mal den Moskito hier, genau. So. Ja, ja, ja. Mache ich mal eben kaputt, die Typen. Ah, es ist schon fast nur Schande, dass ich so lange nicht gespielt habe. Ich weiß. Oh, oh. Warte zur Helle. Wo ist denn das Flakgeschütz? Hier bin ich gar nicht. Ich finde es fast schon einfacher, mit dem Karabiner hier ohne anzuzielen zu spielen. Das wurde ich ja auch gefragt. Warum ich das nicht mal nütze, so anzielen und so. Aber ihr seht es ja, ohne Klappressa, ne? Oh, oh. Was ist das Ding denn? Meine Güte. Ich seh's halt nicht. Achso. Hätte ich gar nicht machen brauchen. Haha. Aua. Ist mal gut jetzt. Sie ist jetzt Schädel runter. So. Na, seht ihr, ich kräfte das Ding eigentlich besser. Deswegen lasse ich es auch mal weg. Oh, oh. Bin am liebsten. Oh, oh, oh. Das ist grad ein bisschen schlecht. Bissi. Ist da irgendwo Muni oder sowas? Das ist besser. Danke. Ich hab nämlich nicht mehr viel für mein Gewehr. Ja, das klingt, weil die Munition bald leer ist. Ich weiß es. So. Aber danke nochmal. Dass es so viele geschrieben haben. Aber einmal reicht ja. Ich mein. Das hat der Luna auch schon gesagt. Einfach mal einen Kommentar liken, wenn das jemand schreibt. Und dann weiß ich ja Bescheid. Nicht wahr? Ich lese eh jede Com- Äh, jede Comments. Alle Comments, die ihr so schreibt. Glaubt mir. Ach, komm schon. Haben wir doch. Ich weiß gar nicht, was du willst, Lizzie. Immerhin hast du mich. Schon dabei. Kannst du mal bitte sagen? Och, Mann. Kaum spielig. Und schon geht mir Booker schon wieder so ein bisschen auf die Nerven. Mach, mach, mach. Mach, Lizzie. Bitte gibts nicht bei mir. Ich bin hart. Und harte Männer sagen nicht bitte. Sieh mal. Meinst du, der wollte das alles? Und du? Ach, Lizzie, das hat mich letztes Mal schon ganz gerührt, als sie das getan hat. Ach ja. Hey, da ist dein Lovepick. Ja, ich hab 30. Und sowas ist halt immer ein bisschen ärgerlich. Ich hab Geld gefunden. Oh. Bedarf? Ja, gerne. Dankeschön. Wüsste, wenn Booker das nicht sagt, dann sag ich das eben. Weil ich hab Anstand. So. Dann mach mal, Lizzie. Das krieg ich hin. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Wer war? Mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Bitte sehr. Das war gerade auch ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ich wollte jetzt gerade noch mal nach einer Waffe schauen, aber ich glaube, ich finde eine Maschinengewehre. Das war jetzt schon ein bisschen tiefgründiger, oder? Ach so, warte mal. Ich hab was vergessen. Entschuldigt. Entschuldigt. Ich will das nur kurz ausführen, denn sie hat schon recht. Nur, falls jemand einem Essen gibt und nach einem sieht, heißt das nicht gleich, dass man ihn mögen muss. Deswegen, finde ich, wenn man keine Empathie empfindet, dann ist das eben nicht liebenswert, dieses Geschöpf. So, das wollte ich nämlich noch. Hat sie schon... Also, ich meine, dafür, dass sie so naiv ist, ist sie auf ihre Art schon richtig weise, die gute Lizzie. So, lass mich mal ganz kurz schauen. Schadensboost des Präzisionsgewehrs kaufe ich mir. Und damit hätte ich auch schon keine Kohle mehr. Aber ich hab alles für das Präzisionsgewehr. Ja, 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 ich hab grad was gekauft, du. Blödes Vieh. Die teasen dich ja immer so ein bisschen, wenn ich nichts kaufe. Nicht wahr? Das tun aber auch andere Händler in Spielen. Ist mir grad so spontan auch ein Gefallen. Zum Beispiel auch in Dark Souls. Aber das ist ein anderes Thema. So. Guten Tag. Haha. Steht dir recht, weißt du das? Also ihm. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Wenn Volkes Blut erst mal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. Leute, ich bin grad ziemlich angewidert. Da hängen wirklich Haare. Also der Skalp von Menschen. Die Kopfhaut mit den Haaren noch dran. Und das ist die von Fink. Hier ist noch ein Platz frei für Comstock. Ja, aber wie wir wissen, ist der Fitzroy auch nicht mehr am Leben. Und somit... Psst. Hier drüben. Was ist denn hier, Lizzie? Ah. Na komm, zauber mal. Lass deine Magie walten, Elizabeth. Hopp. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, Dosenfleisch. Ne, Muni für die... Warum ist das denn so eine Einmachbüchse? Das sieht ja kurios aus. So. Erstmal die Schrotflinte. Und wir haben wieder ein bisschen was neue Kleidung bekommen. Gegner sind im Nahkampf... Nein. Ich... Ich exekutiere nicht mehr so oft. Das wird mit der Zeit auch ein bisschen öhle. Oh ja. Danke. Nenn mich doch Bukka. Aber nein, das hatten wir auch schon mal. Das tut sie bestimmt nicht. So. Ging ja nochmal gut. Und Geld, Geld, Geld. Geld kann man nie genug haben. So. Ich werde mir aber mal ein bisschen Muni kaufen für meinen Karabiner. Nein. Ja, ich weiß. Ich habe mir gerade das Upgrade geholt. Ist es denn nochmal spinnig jetzt? Ach da, Karabiner. Denn... Mit der baller ich ja gerne rum. Na, ein bisschen zumindest. Ah, nein. Ich wollte erst das Salz nehmen. Danke. So. Schauen wir mal. Was kann ich mir denn leisten? Gar nichts. Mal wieder. Ich habe nicht mal Geld für den Sog. Behöver die Anzahl an Feinden, die du gleichzeitig ziehen kannst. Ich schub sie doch weg mit dem Wasser, oder nicht? Ach, das könnte ich auch mal nutzen jetzt. Ja, ist mir gerade spontan eingefallen. Das habe ich auf der... Da, ein Lockpick. Den könnten wir mal brauchen. Och, Lizzie, ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht. Ach, guck mal. Ich muss ein Schloss knacken. Kein Problem. Wo ist deine Lockpick? Wo siehst du hier einen Lockpick? Fertig. Lizzie? Wo siehst du hier einen Lockpick? Ich sehe... Den Verkaufsautomat vielleicht? Nee. Da sind sie noch Wege... Ach, da! Meine Güte, ist das aber auch düster. Ja, ich habe es mal ein bisschen dunkler gestellt. Weil ich schon von einigen gehört habe, ich spiele es zu hell. Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein. Oh, da kommt doch gleich was. Hä, habe ich den Karabiner vorhin weggeworfen? Ja, tatsächlich. Oh. So ein Eumel, ne? Ich wollte ja eigentlich das Präzisionsgewehr wegwerfen. Holte ich mir gleich den Lockpick. Wiss? Jetzt ist es weg. Na toll. Ah, ich könnte mich ärgern. So, jetzt aber nicht weiter. Zeit hier schinden, indem ich doof in der Gegend rumlatsche und ich weiß, was ich machen soll. Employees only. Ja, ich bin Angestellter. Was halten die davon? Hab da nicht gewusst, ne? Oh, schön. Ähm, ja, ich weiß, ich sollte Schilds gillen. Salz werde ich, glaube ich, so lassen. Das brauche ich ja nicht sehr oft. Ja, ich weiß, Salz könnte ich auch mal öfter benutzen, aber ist ja wurscht. So, ich nehme Lebensenergie. Danach, was wir jetzt brauchen. Danach kommen dann Schilde. Und das Schöne ist, der liebe Sorb hat mir gesagt, dass ich wohl nur ein paar Stunden brauchen werde, bis ich es durch habe. Weil ab der Stelle, an der ich jetzt hier bin, ist es noch ein ganzes Stück bis zum Finale hin. Und, also, das freut mich doch mal tierisch. Die Zuckerwatte in der Kiste, meine ich. Ne, natürlich, dass ich noch bis zum Finale so lange brauchen werde. Das finde ich richtig gut. Ich möchte das Spiel in allen Zügen genießen. Oh, Lizzie. Lizzie. Du bist gerade... Ich wollte sagen, du stehst gerade ein bisschen ungünstig, Mädchen, aber es war okay so. Hat ja nicht lange gedauert, diese Schüren können zu erledigen. Boah, die haben eben das Gesicht. Seht mal, die haben eben ins Gesicht geschossen und das ist halb... Was? Bin ich jetzt als Silver Eagle? Sind die... Sind die verkohlt? Ernsthaft? Oh Mann, ist das ekelhaft krass. Hier, für die Kasse. Ah. Dankeschön. Du bist die Beste. Was? RJ Pickwick MFG World's Finest Skyhooks. Was? Pickwick? Was ist mit Fink? Move as fast as the devil through the heavens. Weg nicht so schnell wie der Teufel durch die Lüfte. Wie das aussieht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie das aussieht, Leute. Also ich bin gerade mal wieder richtig geflasht. Ich kriege den Mund nicht zu. So. Okay. Krass. Krass. Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann. Oder? Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hm. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Oh, da kommt gerade eine Bahn. Oh, oh, oh. Ganz schlechtes Gefühl gerade. Die haben hier ihren eigenen, ihren linken haben die. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Alter Schwede. Ich bin schon am Suchen. Oh, geh doch mal futsch hier. Alter, Verwalter. Danke. Mission, hier. Danke. Oh, das kommt mal super passend hier. Aber klar. Ähm, nö, ich lass das mal. Lass dir mal einen schönen Waffenautomat in Ruhe, bitte. Bin ich gar nicht cool von euch. So, Headshot. Motorisierter Patriot. Ja, mach mal, Lizzie. Aber lass mich raten, das ist jetzt alles schon... ...umsonst. Ja, ihr seht schon, das einzige, was Comstock und Fitzroy unterschied, war ja im Prinzip die Optik. Comstock ist mehr so der, der blau bevorzugt und Fitzroy war die mit der roten Vorzugung für Farbe. Das ist alles eigentlich nur eine Frage der Perspektive, aber eigentlich sind beide scheiße. Muss man mal so sagen. Knallhart und explizit. Also in der Weise, wie sie hier agiert haben, finde ich, dass beide verdienen eigentlich das, was sie bekommen haben. Nicht, dass ich jetzt sage, ich hätte das gerne gemacht. Nein, nein, nein. Sie haben aber sowieso nicht durch mein Zutun das bekommen, denke ich. Wobei, Comstock lebt ja noch. Du bist wie ich, Lizzie. Du sagst viel zu oft, hm. Hm. Ja, das muss ich mir abgewöhnen. Habe ich mir schon abgewöhnt. Teilweise. Aber gut. Das ist eben so ein nachdenklicher Aus... Also so eine, ja, so ein Auswurf, wollte ich fast schon sagen. Das ist eine Aussage, die zeigt, dass man am Nachdenken ist. Und nicht einfach stumpf alles niederballert. Ohne sich Gedanken dazu zu machen, was man hier tut. Oh. Axios auf, Elisabeth. Ach, das wird nicht lange dauern. Ich finde sie super. So langsam wird sie immer selbstbewusster. Oder? Habe ich zumindest so den Eindruck. Oh, schön. Sie ist nicht mehr so das kleine Mädchen, das von allem direkt, weiß nicht, überwältigt ist. Immerhin hat sie ihren ersten Mord schon begangen. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenbalance? Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also, nicht Riesenbalance? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte, ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut. Ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen. Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben, gehabt, haben sein. Zu haben, gehabt, haben sein? Stimmt nicht. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Luthies. Der Fakt, dass wir oft... Den Satz des anderen beenden. Ganz genau. Umgekehrt, das Seltsame. Hm. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Leute, Luthies, erinnert ihr euch, als wir nach Columbia kamen? Da haben wir eine Nachricht erhalten von Luthies. War das nicht sogar der Hinweis? Come, Stark House ist da vorne. Ja, 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 ich komme nicht mehr dazu, meine Gedanken zu ordnen, weil hier die ganze Zeit steht da Schlag auf Schlag, was passiert. Nein, Luthies hat uns doch sogar den Hinweis gegeben. Nicht, dass ich das jetzt verwechsel, aber auf jeden Fall meine ich, dass sie gesagt hätten, wir sollen aufpassen wegen der Nummer 77, die wir dann letztendlich bei der Verlosung auch bekommen haben. Denn so haben wir Aufsehen erregt und Comstock ist auf uns aufmerksam geworden. Ja, so war das, glaube ich. Ich müsste mir die ersten Folgen nochmal anschauen. Und ich habe auch schon gehört, dass ich am Ende wahrscheinlich sehr viel Gedanken zu ordnen habe. Da werde ich auch mal den Abspann nutzen dafür. Der Spurs des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich dann ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was in Petto, um dich gefügig zu machen. Was denn? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Das, was wir schon die ganze Zeit kennengelernt haben, glaube ich. Gedankenmanipulation. Gedankenexperimente. Viele Weltentheorien. So langsam ergibt sich da ein Bild für mich. Aber dazu kommen wir später, denke ich, wenn ich dann mein Resümee zusammen abschließe mit dem Spiel. Die dachten, sie bleiben für immer oben. Sieh sie dir jetzt an. Was wolltest du sagen? Ach, gar nichts. Ist gut. Ah, diese Dummbox-Pupeli-Fuzzis, ne? Die sind alle nicht besser als die vom Comstock. Haben die eigentlich einen Namen? Ich sag ja immer Kolumbianer, aber... Wer will nicht sie, Sonne schütteln? Ob das so richtig stimmt, ob man das so sagen kann, weiß ich halt nicht. So, erst mal alles schön einsammeln. Ah, was denn, Lizzie? Ich glaube... Oh, dankeschön. Das ist ja lieb. Ach, sie ist so fürsorglich. Ah, da kann man sogar... Niemand... Hey, da! Ein Lockpick! Äh... Äh... Und jetzt... Jetzt wieder Musik! Okay. Feuerhage. Das kenne ich noch gar nicht. Das nehme ich mal mit, oder? Ja, ich weiß, ich könnte... Na, na klar, war es natürlich genauso was wie dieses Projektilgewehr, ne? Ich weiß, ich könnte mal ein bisschen mehr zeigen an Waffen, aber... Ja, wie schon mal erwähnt, wenn man sich eingeschossen hat, dann ist das halt... So eine Sache, nicht wahr? Ja, jetzt habe ich viel zu viele Pics. Wenn ich überlege, am Anfang hatte ich zu wenig. Ich mache mal den Bronco, weil das finde ich ein bisschen zu gruselig. Ja, so langsam könnte ich mal wieder quasi Dietrich hier gegen Geld eintauschen. Schießeisen. Ach, das ist das Teil hier. Ja, ja. Oh, oh, oh. Halt zu! Bam's! Oh, oh, Kerle. Ich mag das nicht, dass das so abprallt. Das soll direkt hochgehen, wenn ich auf irgendwas schieße. Das... Dann gehen Sie lieber weiter. Ach, die packen. Was kaufen wir uns denn schönes? Ähm... Bop, 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 bop. Revolver? Nö, eigentlich weniger. Das wäre vielleicht ganz interessant, das Schießeisen, aber... Das ist ja quasi nur eine Schrotflinte mit so einem trichterförmigen Lauf. Wahrscheinlich die Streuung einfach nur größer. Revolver, Schrotflinte, Karabiner. Ja, komm. Wunderbar. Damit hätte ich maximalen Schaden. Also, alle Upgrades für den Karabiner. Und dann... Honkoboost, oder? Die Dauer? Nö. Das wäre vielleicht ganz interessant. Ich nehme mal kurz den Sog. Ja, den werde ich jetzt auch mal öfter einsetzen, nicht wahr? So. Weil zwei Gegner, oder beziehungsweise dieser Radius, der da gerade Gegner trifft, ist doch ein bisschen klein, finde ich. So. Hallo. Ich möchte gerne mal meinen Sog ausprobieren, Leute. Ihr hört an. Exekutiert jeden, der Ärger machen könnte. Jeden bewaffneten. Jeden Brillenträger. Den Rest treibt zusammen. Was? Jeden Brillenträger? Meint ihr das ernst? Gut, ich trage jetzt keine Brille, aber... Für alle anderen, die es tun, wird es mich jetzt ärgern, sage ich mal. Na gut, liebe Leute. Ich würde sagen, beenden wir diese Folge auch an dieser Stelle. Lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Vielleicht nur einen netten Kommi. Und bitte nicht spoilern, sonst werde ich grantig. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Bioshock Infinite. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.